Ja, moin aus Hamburg. Mein Name ist Katja Kessler und ich bin Schauspielerin und Sprecherin. Viele denken ja immer, dass wenn man Sprecherin ist, dass man nur synchron spricht. Viele wissen gar nicht, was es alles zu sprechen gibt. Es gibt aber so viel mehr zu sprechen. Es gibt Werbung, es gibt Dokus, es gibt Imagefilme, Erklärfilme, Voice-Over, Anrufansagen und so viel mehr. Und jedes Genre bedeutet eine andere Art zu sprechen. Ich bin die Stimme, die Texte zum Leben erweckt. Tja Jungs, ich glaube wir sind ein gutes Team. In Charaktere schlüpft. Kühl, wird kühl, wird kühl. Oh Johnny, oh nein, das war kein Drei-Punkte-Wurf, du kannst das doch. Oh Mann. Und ihnen Leben einhaucht. Was macht ihr beide überhaupt hier in meinem alten Viertel? Sei es mit einer piepsigen Stimme. Wenn ich piepsig sprechen würde, würde das zum Beispiel so klingen. Bitte geh da nicht rein! Ich kann aber auch sehr viel langsamer und gediegener sprechen. Handgemachte Produkte aus hochwertigen und ökologischen Zutaten. Je nach Belieben und je nach Genre und so wie es gewünscht ist. Das alles kann ich mit meiner Stimme bedienen. In Synchron spreche ich zum Beispiel die Unipa in der Serie Rubble & Crew. Heute können wir nicht mehr auf dem Spielplatz spielen. Und in der Werbung hört man mich als Markenstimme der Krankenversicherung Barmer. Damit bist du nicht allein. Wir machen euch stark. Wechsel jetzt zur Krankenkasse mit der höchsten Kundenzufriedenheit. Barmer. Das sind zwei verschiedene Genres, wo man mich aktuell in verschiedenen Stimmenlagen hören kann. Man hört und sieht mich vor allen Dingen auch in Synchronen, in Games, im Hörspiel. Einiges findest du auf der Website zum Hören und zum Sehen. Scroll einfach mal durch. Sobald ich spielen darf, geht mein Herz auf. Ich bin von Haus auf einfach Schauspielerin. Und deswegen freue ich mich, wenn ich deinem Projekt ein bisschen Leben einhauchen darf oder in einer deiner Figuren und Charaktere schlüpfen darf. Melde dich. Ich freue mich. Ich bin von Haus auf. Also, danke. Vielen Dank.